Ein Freund fürs Leben. Okay, das ist wirklich verdammt wichtig. Da solltest du wirklich genau hinsehen, okay? Ich hatte Glück mit meiner besten Freundin. Meine beste Freundin ist witzig, intelligent, kreativ, wunderschön und sehr erfolgreich und sehr nett. Und andererseits ist sie auch impulsiv, nervend, kompliziert, kindisch, aber egal was sie tut, ich stehe immer hinter ihr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020